...unwirklicher Ort. Die Rohstoffpläne sind vor langer Zeit versiegt. Breite Teile unserer Welt verwandelten sich in staubige Füßen. In einem Krieg um Macht, Wasser und Benzin haben sich brutale Gruppen in ihren Territorien vertanzt, die sie mit allen Mitteln verteidigen. Eine solche Gruppe sind die Welcome Warriors, angeführt von Marsch-Chillian, die von allen nur Lady Jill genannt wird. In ihrem Gebiet musste Agent John Croft, dessen Ziel es ist, den Wohlmöglichen einer neuartigen, unerschöpflichen Energiequelle zur Zentrale zu bringen mit seinem Helikopter Notfall. Wie werden die Welcome Warriors reagieren? Wird er es schaffen, seinen Auftrag zu erledigen, wenn sich die Welt verändert? Da rief bei Elsa sich auf die Wege des Überlebens. Code Omega, bitte kommen! Die Agent Croft musste im Vulkannot landen. Prototyp gesichert. Die harmlosigkeit. Die Welt war sehr auf die Wege des Überlebens. Was ist das? Schau dir da! Stichig! Musik 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 Jetzt werden wir jetzt hier rein. Wo? So, ich schließe. Ja, ich schließe. Ja, ich schließe. Ja, ja. Sonja, das ist ja nicht mal. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Applaus 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 Puff Sie werden wieder zu uns Auf Oh ja, jetzt geht's! Ja! Endlich! Ich hab' vergessen, ich bin weggekommen! Roud st quarto, Sky Canadian, Julie! Ich hab'في, Chinsodec fzt! Ich bin puffer K GLORIA! Ich bin effektor, Ticz wow, Wenn ich Nuclear Snuske habe? welcoming, Jenny! Andi Schöpfe! Andi Wohlmanner! Wir haben uns gedacht, dass wir immerhin hundertlich geteilt haben, haben wir einen, der das ganze Ding vertappt hat, weil er hatte gestern seinen 58. Geburtstag, ist der älteste Stuntbrand in Andi 58 war eine Ausnummer. Er hat auf jeden Fall gestern einen Geburtstag gehabt, also der erste ist, dass Wetter hell ist, und das zweite ist, uns könnt ihr auf Hutschein auch weiter verschenken, ihr könnt das euch gefallen haben.